Hallo zusammen, dieser Junge ist kein Superstar, aber er hat auch einen persönlichen Leibwächter. Dieser Junge hat eine vielversprechende Fußballkarriere vor sich. Nur eine Sekunde lang war er das süßeste Baby der Welt. Das ist einer dieser Streiche, von denen er nie genug bekommen wird. Wer auch immer dieser Mann in Uniform ist, er wird nie ein guter Detektiv sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er hat gehoopt, als ob er das nur zum Spaß gemacht hätte. Musik Musik Y-Oh 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 Y-P-Y-Y-S-U-S-O-N-N-Y-H-T-H-Y-S-T-H-Y-T-H-Y-O-N-Y-P-Y-S-T-H-Y-T-H-Y-A-N-Y-H-E-S-S-T-H-Y-G-E-W-A-N-Y-H-T-H-Y-G-G-T-H-Y-S-T-H-Y-G-T-H! Das wird sich auch ein bisschen so, vom Venn. Ich kann also ein bisschen, wie sie sich ein, und dann darf ich gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie lange haben Sie an diesem kriminellen Plan gearbeitet? Ein paar Monate? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, eine Klingel über der Tür hätte weniger gekostet Der Besitzer bat den guten Jungen, ihm Haus schul zu bringen Er fand nur einen zu Hause, also musste er improvisieren Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Vertrauenstest ist kläglich gescheitert Sie fangen an, die Existenz der Handbremse wieder zu vergessen 2, 1, fire! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 3, 2, fire! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Ein typischer Morgen nach einer Party. Wie Gordon Ramsay sagen würde, Diese Wurst ist so roh, dass sie noch läuft. Nach der Geschwindigkeit zu urteilen mit der Seranten lag etwas sehr Teures auf der anderen Seite des Regals. Untertitelung. BR 2018 Ich glaube nicht, dass ihm klar ist, dass er mit dem Strauß ins Gesicht getroffen werden wird. Was ihn zu Hause erwartet, wird viel erschreckender sein als dieser Escape Room. Untertitelung. BR 2018 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 Wir wissen, was zu tun ist, wenn das Leben uns Zitronen schenkt. Aber was tun wir in diesem Fall? Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Welche Zutat muss man zu Rameln hinzufügen, damit sie das auch tun? Es ist unhöflich, das Telefon auf den Tisch zu legen, wenn man mit jemandem zu Abend ist. Jetzt kennt er diese Regel auch. Das Gebäude sieht ohne dieses sperrige Rohr besser aus. Sieht so aus, als hätte jemand den langersehnten Bonus bekommen. Jetzt wird es lange dauern, bis das Kind sein erstes Smartphone bekommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.